Yoga Nidra, herzlich willkommen. Komm in eine für dich bequeme, liegende Haltung. Yoga Nidra führt dich jetzt in tiefere Schichten deines Bewusstseins. Versuche dabei wach und gleichzeitig vollkommen entspannt zu bleiben. Solltest du dennoch einschlafen, vertraue darauf, dass dein Unterbewusstsein trotzdem jedes Wort versteht und in sich aufnehmen wird. Lass uns beginnen. Atme ein paar Mal tief und ruhig ein und aus. Schließe deine Augen und halte sie gerne für die gesamte Entspannung geschlossen. Lass deine Atmung noch tiefer und ruhiger werden. Mit jedem Atemzug darf deine Atmung noch langsamer und tiefer werden. Spür, wie sich deine Brust hebt und senkt. Und auch dein Bauch darf sich gerne mit deiner Atmung bewegen. Deine Augen werden noch schwerer und dein gesamtes Gesicht entspannt sich mehr und mehr. Deine Augen fühlen sich entspannt und schwer an. Folge für die nächsten Minuten einfach nur meiner Stimme. Du musst nichts tun und auch nichts erwarten. Entspann dich komplett in deinem Körper und ebenso in deinem Geist. Lass einfach alles geschehen. Schenke dir gedanklich ein liebevolles Lächeln. Du bist entspannt und ruhig. Folge mir nun mit deiner Aufmerksamkeit durch die verschiedenen Teile deines Körpers. Konzentrier dich sanft auf die genannten Körperbereiche. Bleib aber weiterhin entspannt. Deine Atmung fließt ruhig und gleichmäßig ohne jede Anstrengung. Lenke deine Aufmerksamkeit auf die rechte Seite deines Körpers. Dein rechter Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Handgelenk. Die ganze rechte Hand, dein rechter Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter, der ganze rechte Arm. Die rechte Seite deines Brustkorbs, Rippen, Taille, Becken. Dein rechter Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, das ganze rechte Bein. Rechtes Sprunggelenk, Fußspann, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Fußsohle, dein ganzer rechter Fuß, die ganze rechte Seite. Deine rechte Seite ist vollkommen entspannt. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf die linke Seite deines Körpers. Linker Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handfläche, Handrücken, Handgelenk, die ganze linke Hand. Dein linker Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter, der ganze linke Arm. Die linke Seite deines Brustkorbs, Rippen, Taille, Becken. Dein linker Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, das ganze linke Bein. Dein linker Sprunggelenk, Fußspann, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh, Fußsohle, der ganze linke Fuß. Die ganze linke Seite. Deine linke Seite ist vollkommen entspannt. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf die Körperrückseite. Deine Fersen, Rückseite deiner Unterschenkel, Kniekehlen, Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken, oberer Rücken, Schulterblätter, Nacken, Rückseite der Oberarme, Ellbogen, Unterarme, deine Hände, Hinterkopf, die ganze Körperrückseite. Deine ganze Körperrückseite ist nun vollkommen entspannt. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf und entspann dich hier noch tiefer. Deine Stirn, Augenbrauen, Augen, Augenlider, Augäpfel, Nase, Oberlippe, Unterlippe, der Raum zwischen den Lippen, Wangen, Kiefer, Kinn, der ganze Kopf, das gesamte Gesicht. Lenke nun deine Aufmerksamkeit zu deiner Körpervorderseite. Hals, Schulterbereich, Vorderseite der Oberarme, Unterarme, Hände, Vorderseite des Brustkorbs, dein Bauch, Becken, Vorderseite der Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße, die ganze Körpervorderseite. Deine Körpervorderseite ist vollkommen entspannt. Dein gesamter Körper ist komplett entspannt. Lass dich angenehm schwer und voller Vertrauen in diese Entspannung sinken. Spüre, wie dein Atem, dein Körper sanft und liebevoll wiegt und bewegt. Beobachte deine Atmung ohne etwas zu beeinflussen. Lass jeden Atemzug ganz von alleine kommen und gehen. Genieße jedes Einatmen, jedes Ausatmen, alle Atempausen. Dein Körper ist weiterhin vollkommen entspannt. Dein Geist ist ruhig und du beobachtest liebevoll deine Atmung. Dein Körper bleibt weiter vollkommen entspannt. Du beobachtest deine ruhige und angenehme Atmung. Schicke deine Aufmerksamkeit zu deinem Bauch. Spüre das Heben und Senken deines Bauches durch deine Atmung. Bleib weiterhin in deinem Körper vollkommen entspannt und losgelöst. Vielleicht kann deine Atmung noch tiefer werden. Bleib in deiner Entspannung. Vertiefe langsam deine Atmung. Lass deine Augen weiterhin geschlossen, während du mit deiner Aufmerksamkeit nach und nach wieder in den Raum zurückkommst. Spüre noch einmal ganz bewusst in deinen ganzen entspannten Körper hinein. Du darfst dich hier frei und gleichzeitig komplett gelöst und entspannt fühlen. Atme nochmal etwas tiefer ein und aus. Und mit jedem Einatmen wecke deinen Körper ein kleines Stück mehr auf. Schenke dir selbst ein liebevolles Lächeln. Jede Zelle deines Körpers fühlt sich wohl und geborgen.